Von draußen kommen sie her und fragen sich, liebt ihr's Quizzen auch so sehr? I love it! Ich freu mich! Überall, wo die Kandidaten schwitzen, sieht man goldene Ringlein im Fernseher blitzen. Und Buchstaben scheinen wie der heilige Stern. Die Weihnachtszeit kommt und wir rätseln so gern. Ah, warte, warte, doch, ich weiß es. Wie lange hab ich noch, um das zu sagen? Spielzeit in Sat. 1 mit Buchstaben-Battle und Five Gold Rings. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.